Das ist cool, das ist cool. Ich hab's ja alle bei mir versammelt. Fahrt, fahrt, fahrt. Ey, die verkackten... Hallo meine lieben Freunde und YouTube und Abonnenten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. GTA 5 heißt... Das ist der zweite Teil der Heist-Mission. Nein, der zweite heißt. Der zweite heißt... Ja genau, der zweite heißt. Vom ersten Teil. Bumm, was weiß ich. Ich hab da heute dabei den Alcatraz, den Golden Tee und den Carlos. Und nochmal ein großes Dank an Yannick, weil wenn wir jetzt fünf wären, würden wir natürlich schlecht spielen können, aber Yannick ist gerade vorm Rechner eingeschlafen. Ja, stimmt. Hab eine Heier, Yannick. Ja. War-Mongering, right-wing douches, nicht red dildos. Whatever. Punkt ist... Percival ist nicht gut. In dieser Scheiße. Nerv-Agent. Wir glauben. Wir glauben. In der Fall, das ist das die Ente, die Sie sagen. was ich auf der Straße erzählt habe. Und was mein Chef, der nicht will, dass du ihn nicht wissen, wird dir das Name verabschiedet werden, weil... Nicht so auf die Worte, nur auf die Wie. Erstens, ich habe ein paar Dinge, die sich um die Kode zu beschäftigen. Getausch die Kode der Humane Lab und die 4x4-Armorgen, wie die die, die die in den Ort schützen. Du machst die Kode der Kode, gerade auf Elgen Avenue. Du bist mit jemandem, der hatte ein bisschen Probleme mit dem Büro, also, bitte, benutzen Sie ein Worte. Ein von Ihnen wird das Gespräch, ein von Ihnen ist ein Karte, und die anderen werden die Karte. Die 4x4-Armorgen gehören zu Meriwether Security Consulting, das gehört zu Don Percival, der läuft Humane Labs. Du findest die Meriwether Insurgent auf der Exerciz auf Davis Courts in Blaine County. Alles klar, Leute, es geht nicht darum, wie du das in machst. Du hast es gemacht. Das kostet gut. Keine Fragen. Wir haben noch nie getroffen. Ja, fahren wir direkt mit der ersten an, oder? Oh, easy. Warte eben. Ja. Schon gut, kannst du von mir auch startmachen. Ich dachte, ich könnte hier schon mein Wagen auswählen. So, ich bin Posten Nord, Posten Süd, Leibwache. Also, Leibwache war ich schon. Ja, ich fahr Posten, weil ich auch schon nennen. Dann lasse ich ganz viel sie. Ich bin Käufer oder Fysis Käufer, Sie sind auf und ich bin Leibwache. Ich bin scharf Schützer. Ich bin zwei Leibwache. eine Einbrüche schlafen die du musst selber wechseln aus dem Norden Kölfer Militärschützen ich muss mal bald zu neuen Tätowierer Typen Alka pack dein Lego weg du Spacko hab ich schon sie müssen zusammen fahren wenn ich deine Leitfahrer bin und hinten drin sitzen nein ihr müsst ja vorher da sein eigentlich ich liebe diesen Wagen alter das war das beste Geld was ich investieren konnte in gepanzerten Pist Dinge wenn er nur ein bisschen schneller wäre dann wäre ich glücklich auch seit der Stellung ja ich bin wollen wir hier stehen das war nicht mit Absicht alle in Stellung Moment ich muss zum Aussichtspunkt hoch ok ja ich will nicht wegfahren ne ne nehmt meine Kiste die Schild hab ich da hingestellt die haben doch den gepanzerten Wagen warum sollen wir den nicht nehmen ja oder den ist mir egal ich hab jetzt hier so viel rumgeballert hier stehen hier ein paar freie Autos vor der Straße oh ich bin da kann ich hier auf das Dach gehen alter alter wie verkohlt die ist eh bleibt mal dahinter im Schild einfach hinter das Filter hier sie stehen ja komm ah jaja jetzt jetzt warte bis die Kontaktversion im Treffpunkt auftaucht hier sind sie da versteckt sich einer kein gesehen da der andere hast du Tränengas geschmissen ich nicht das war irgendein anderer ich war das ich hab gar kein Tränengas ach ne kannst du aus dem Auto nicht schmeißen die Schlampe kommt auf uns wird geschossen ja ja nice Standard hat versagt ja was für ich hallo du ballest doch hier mit dem Ding rum da ist Tränengas man da wollten wir da sollten wir grad aussteigen da sollten wir grad die Mission starten du Lappen das sag ich jetzt nicht was ich da vorher rumgeballert hab ich wollte doch nur zeigen wo die parken soll ja oder nicht mit Tränengas ihr seid solche Spastis das nächste Mal mach ich in der Gana ey die Schlampe doch kommt da angefahren durch meinen Reifenplatz schießen hör auf auf die zu ballern drück mal Q Alka wie stehst du denn da oben total gedeckt was ist jetzt überspringen wir irgendwie er kriege weniger Geld Mann es gibt bei den Fahrsequenzen weniger Geld immer zwischen du bist ja auch nicht bei dem Gelaber zum 180 mal oder ich weiß auch nicht wie man es überspringt was ihr jetzt in die Zeit was ihr in die Zeit ist ein ganz anderes Spiel mein Freund ihr habt ihr den Weg wir haben wir haben FIB FIB was diese Clams machen? ich habe das Clams 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 ok Gasser habe ich Gasser habe ich Gasser kommt ok die beiden sind aber down ja ich habe einen MG reingehoben da kommen jetzt noch zwei einer down noch einer down ich bin schon wieder fast tot bleib da Freezy ja hier am Auto ist noch einer von links kriegst du den Damage da kommt schon wieder einer von links so MG hat geregelt jetzt der ist vorne rechts und down weg und ab ins Auto hier alle rein haha lustig los ok hier müsst ihr geregeln und dann nachkommen ich sterbe die kommt mal gleich durch geil au alter alter ich bin fast tot ich brauche Hilfe ok dann müssen wir die zweite Welle nur abwarten lust 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 natürlich beim dritten Versuch ohne Probleme wenn du jetzt kriegst du irgendeinen Disconnecter ich raste dann aus tue ok weißt mein nigger schon Musik weiter seid ihr hinter mir oder kriegt ihr noch Besuch ihr kennt noch Besuch wie sie hinter uns sind Leute ja ohja ok mach 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 ich sexy boah ich hänge fahr einfach oh fuck wie viele sind das Tino Tino bitte nicht bitte nicht alles cool alles cool ich hab's ja alle bei mir versammelt fahrt 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 ach ey die verkackten Bullen was macht ihr meinen denn wie kann ich euch denn überholen ja ich helfe euch nein ich brauche keine Hilfe Tino wir haben die Aktentasche ne ja wenn einer von den Stimmen ja ich weiß ich nein wir sind noch nicht gestorben wir haben Half Life alles cool nicht ein Leben durch die Idioten verloren boah ey wollen die mich hier alle verarschen gerade Gott wie sie holen wir jetzt holt schieß die Fahrer raus ich versuche es ok ich muss Gas geben ich muss Gas geben ich bin jetzt gleich tot ne ja ich auch aber alles cool ich hab's da abgehängt weißt du wo verkaufe ich mir so einen gepanzerten Wagen wenn ich den nicht benutzen kann halt ich hab's da 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 ja ist egal alter besser als wenn wir uns alle abknallen oh shit pass doch die Tür fallen ab ha 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 nein hier easy kein Problem im er ist ja ja ich hab's da ich hab's dir gegeben der Meisterschütz war nicht sein Tag heute glaub ich ich ja er war krankgeschrieben das war jemand anders ey aber ich muss Ambonation ganz dringend ja können wir jetzt machen auch Minigun Moni ihr habt gesehen Minigun gerade geregelt ne Gut Leute, dieses Video wird glaube ich nicht lange sein, ich werde wohl hinten mal ein paar Outtakes dran hauen jetzt gleich und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Vorbereitung von diesem Heist und damit sage ich tschüss und bis zur nächsten Folge, haut rein Leute! Tschüss! Tschüss!